Aus dem Herzen des Ruhrgebiets in die Deutschrap-Geschichte. Kaum jemand ist in die Industrie gekracht wie dieser Mann, der jetzt sein viertes Album bringt. Herzlich willkommen, Miami Justin. Was geht ab? Wie geht's dir? Gut, Dankeschön. Wie geht's dir? Gut, ich hab gerade Album gesagt. So ganz sicher bin ich mir erstens nicht, ob alle vier Alben waren, ob dieses hier ein Album ist. Das ist auf jeden Fall dein erstes so zusammenhängendes Projekt seit dreieinhalb Jahren. Erzähl mal, wie fühlt es für dich an? Was ist das Projekt für dich so? Boah, ja jetzt aktuell ist, da sind viele, viele Songs drauf aus etwas vergangener Zeit, sag ich mal, weißt du? So aus den letzten Jahren. Ein paar neuere Songs sind mit dabei. Ist insgesamt auf jeden Fall ein wildes Projekt geworden. Hab ich so in der Art auch noch nie gemacht. Ja. Und ja, hat sich gelohnt. Ist geil geworden. Wenn das Ding Lost Tapes heißt, du hast über die letzten, glaube ich, zwölf Monate schon sehr, sehr fleißig released immer wieder. Also Singles released. Für meine Verhältnisse, ja. Ja. Lost Tapes lässt dir aber auch immer irgendwie so ein bisschen suggerieren, dass das so eine Sammlung ist an Sachen, die vielleicht mal ein bisschen verschollen waren. Für dich selber auch, wo du nicht wusstest, ob die rauskommen. Wie ist so die Charakteristik von dem Ding, wenn du auch sagst, du hast sowas noch nie vorher gemacht? Ich muss dazu sagen, ich bin da gar nicht so verkopft drangegangen. Ich habe einfach nur für mich irgendwann festgestellt, ich habe extrem viele Songs. Aus den letzten Jahren so. Und ich fand es einfach auch ein bisschen schade, die nicht zu releasen so, weißt du? Was ist so der älteste Song, der jetzt auf diesem Projekt ist? Boah, Bruder. Da fragst du mich was. Das kann ich dir so gar nicht sagen, Bruder. Ich bin auch ein bisschen so, nicht den Überblick verloren, aber ich muss sagen, dass einfach die Zusammenstellung war schon sehr, sehr anstrengend so. Für mich. Vom Tape, vom Album. Einfach, weil das aus verschiedenen Jahren war und du musstest dann da Leute reaktivieren, die vielleicht schon gar nicht mehr im Musikgeschäft tätig sind, weißt du? Ja. Und so und dann, ja man, da hast du wirklich so ein bisschen den Überblick verloren. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, welcher Song am ältesten ist, aber es ist alles dabei. Es sind aktuelle Songs dabei. Es sind Songs dabei von 2016, 17, 18, 19, 20, 21, jetzt aktuelle Dinger von letztem Jahr. Ach krass, Alter. Ja, ja, Bruder, alles dabei. Okay, weil wenn du sagst, Songs aus den letzten Jahren, ich dachte erst, es geht um sozusagen die Zeit seit Dilemma, weißt du? Also letzten so, wann kam die Dilemma raus? 2020, glaube ich, das sind vier Jahre. 2020. Ende 2020. Also sogar noch weiter zurück. Ja, ja. Ah, damn. Genau. Okay. Ich sag ja, das ist so ein richtiges Liebhaber-Ding so. Ja, voll. Für die Fans, die auch damals da mit in der Zeit mit uns, sag ich mal, groß geworden sind, die freuen sich da extrem drauf. Aber auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt diese Ära, sag ich mal, mitbekommen haben, sind da gute Songs dabei. Wie zum Beispiel Abus Heineck oder so. Ja, safe. Das sind auch Dinger, die aktuell sind. Auf jeden Fall. Ich finde, du hast das Tape aber zumindest eingerahmt. Also mich würde es wundern, wenn Intro und Outro so lange her sind. Wahrscheinlich nicht, ne? Die hast du schon... Die sind relativ zeiteneinstanden. Ja, ja, genau. Die haben ja so einen rückblickenden Charakter auch so ein bisschen. Ja, ja. Du rappst, glaube ich, im Intro schon über Welcome to Miami. Genau. Das letzte richtige Album, denke ich. Ja, ja. Da rappst du schon, ey, Welcome to Miami, ich hatte nur Ratten um mich. Ja. Das war die Zeit, wo wir uns zum ersten Mal auch für ein Interview getroffen haben, wo du das erste Mal dich so hingesetzt hast, damals in Köln gesprochen hast. Genau. Rückblickend, wie kannst du über die Zeit sprechen, gerade wenn da so eine Zeit schon fällt, so am Anfang der Platte? Ja, also, Bruder, jetzt, ich muss natürlich sagen, du nimmst die Zeit natürlich anders wahr, wenn du, sag ich mal, da drinsteckst in dem Moment, ne? Auch so Hype-technisch und alles so drumherum. Ja. Aber jetzt so retrospektiv muss ich sagen, das war eine sehr, sehr wilde Zeit. Es war sehr crazy, sehr vieles passiert so. Es ging ja wirklich von 0 auf 100 und, ja, für mich war es auch eine schöne Zeit so, ne? Ja. Klar gab es schöne und schlechte Seiten so. Aber ja, was soll ich dir sagen, Bruder? Viel passiert. Safe, es hatte auch so ein bisschen, irgendwann, ich glaube, 2020, glaube ich, war vielleicht von außen hin auch so eine Aufbruchsstimmung bei dir, bei euch so ein bisschen, auch Unklarheit in der ganzen Zeit. Jetzt natürlich die eine große Neuigkeit, seit Dilemma oder zwischen Dilemma und Lost Tapes jetzt, ist natürlich, dass du nicht mehr Teil der KMN-Gang bist. Genau, richtig. So wie ich das verstehe, also du bist 2016 zu gern gekommen, fast genau sechs Jahre später dann hast du gesagt, dass du draußen bist 2022. Ja, richtig. Auf diesem Album hört man, finde ich, schon auch so persönliche Zeilen gerade im Intro. Du schickst ja Grüße raus an die ganzen Jungs und so weiter. Ja, ja, voll. Deswegen nimm uns mal so ein bisschen gerne durch diesen Prozess, den die Leute wirklich nur so ganz leicht von außen mitbekommen haben. Ja. 2020 bis 2022, wo du dann für dich entschieden hast, ich möchte das auch irgendwie öffentlich machen. Wie war so diese Endphase der KMN-Gang für dich? Bruder, ich kann jetzt nur aus meiner Sicht sprechen. Ich kann hier für keinen reden. Ich kann nur für mich reden und ich kann, was soll ich dir dazu sagen, Bruder? Es ist viel passiert, viel so internes Zeug auch. Gar nicht mal jetzt so bösartiger Scheiß oder so, sondern einfach, man ist viel unterwegs gewesen. Die Leute haben ihre Business aufgebaut, sag ich mal. Und man hat sich dann auch vielleicht gar nicht mehr so häufig gesehen, wie man das zur Anfangszeit hatte. Dann, ich will nicht sagen aus dem Auge, aus dem Sinn so, aber Bruder, da ist auch schon so ein bisschen was dran mäßig. Ja. Naja, und es war für mich einfach auch mit der Corona-Zeit, ich war viel alleine. So, das war komplett was Neues. Ich habe zwar auch viel im Studio gechillt und so, aber ich konnte tatsächlich auch nicht so viel Musik machen irgendwie. Das war so ein bisschen so erdrückend alles so. Und Bruder, man hat einfach irgendwann auch gemerkt, man entwickelt sich anders, weißt so, der eine geht in die Richtung, der andere geht in die Richtung. Und wie gesagt, das dann gepaart damit, dass man halt nicht mehr so viel miteinander unterwegs war und so, hat einfach dazu geführt, dass man irgendwann gesagt hat, ey, guck mal, so, vielleicht ist es doch besser, wenn ich mein eigenes Ding mache. So, was viele auch vergessen. Ich rappe ja auch schon, bevor ich zu Carmen Gang gekommen bin, habe ich schon Musik gemacht. Jetzt, danach mache ich das auch weiterhin und werde es auch weiterhin machen. Und so, aber um nochmal auf das Thema mit versöhnlichen Worten zu sein zu gehen. Bruder, ich bin kein verbitterter Typ, weißt du? Ich bin nicht so der Typ, der Dinge schlecht redet und so. Ne, ich will jetzt hier auch nicht diesen Kaffee-Talk aufmachen. Wir haben auch selbe Teller gegessen und so, diese Filme. Aber es ist einfach für mich so, wir waren zusammen, wir haben das Ding groß gemacht so. Wir haben, jeder hat da seinen Teil dazu beigetragen. Und da würde ich niemals irgendwie schlecht drüber reden, Leute in der Öffentlichkeit angreifen. Ich bin auch generell nicht der Typ für sowas, weißt du? Ja. Ich finde das eher so ein bisschen, weiß ich nicht, muss jeder für sich wissen, klar. Aber für mich ist das halt keine Option gewesen. Wie war es für dich jetzt im Rückblick, generell während dieser KMN-Zeit, weil die Jungs, die wir natürlich aus der Öffentlichkeit kannten, also Nash, Atsetsuna, drei Dresdner Jungs und du kamst als Dortmunder da rein. Und du hast es auch für lange Zeit, wie man es auch historisch dann sieht, dieses Riesen-Hit, da Kokainer stehen. Ja, ja, genau. Wie war es für dich jetzt im Rückblick so als Dortmunder? Das hat sich für mich als Fan immer so ein bisschen angefühlt, wie als Game in G-Unit reinkam. Ja, ja. Weißt du, so der L.A.-Typ dann in dieser Über-New-York-Gang. Genau, ja, ja. Wie war es für dich als Dortmunder dann in dieser Dresden-Welt? Und die haben ja, weißt du, das sind ja auch Straßenjungen, die haben ja auch ihre eigene Lebensrealität und so weiter. Wie war es für dich in dieser Zeit? Also für mich, ich bin 2015, glaube ich, das erste Mal dort gewesen, als ich mit den Jungs das erste Mal Kontakt aufgenommen habe, beziehungsweise die haben mich kontaktiert über Internet und dann hat man sich das erste Mal getroffen und dann hat man einfach schon gemerkt, dass gewisse Parallelen existieren, was ich tatsächlich auch nicht gedacht hätte, so von Dresden, ohne denen jetzt zu nahe zu treten zu wollen. Ich liebe diese Stadt so, das ist meine favorite Stadt in Deutschland. Aber ich hatte halt andere, wie soll ich das sagen, Bruder, ich hatte so ein gewisses Vorurteil, sag ich mal, weißt du so. Und als ich dort ankam, war das halt gar nicht so. Und ich habe dann halt, wie gesagt, gewisse Parallelen gesehen zu uns, also zum Ruhrgebiet, zu meiner Stadt Dortmund. Und deswegen habe ich mich da auch direkt heimisch gefühlt. Die Jungs waren immer super korrekt zu mir, immer sehr gastfreundlich, haben mich direkt gut aufgenommen. Und Bruder, ich kann da nichts Schlechtes sagen. Für mich war das eine super, super Topzeit. Ich kann da kein negatives Wort drüber verlieren, tatsächlich. Jetzt klingt das so, wie du erzählst sozusagen, wie du aus diesem Gang-Konstrukt eher als Solo-Künstler dann dich raus etabliert hast. Genau. Klingt das wie eine Story, die ausschließlich mit dir zu tun hat. Für die Öffentlichkeit war in dem Zeitraum aber eher so der Anschein, als ob das ganz KMN-Ding auseinanderfliegt. Weil, glaube ich, einfach verschiedene auch, ja, wie soll ich sagen, verschiedene Schlachtplätze dort waren innerhalb von KMN. Voll, genau. Ich habe mich super gefreut, als ich auf deinem Intro diese persönlichen Worte gehört habe. Weil ich glaube, so ein bisschen ist in der Öffentlichkeit gerade und bei den Fans unklar so, ey, mögen die sich? Sind die da irgendwie mit bösem Blut auseinandergegangen? Vielleicht kannst du da so ein bisschen erklären. Also, ich meine, das war ja auch eine enge Bindung. Vielleicht gab es ja auch Phasen, weißt du, wie es sich dann entwickelt hat. Aber jetzt mit so einem gesunden Abstand, bring mal gerne irgendwie Licht ins Dunkel, so wie euer Verhältnis so zu viert auch ist. Ja, also ich kann, wie gesagt, auch da wieder nur für mich reden. Ich bin halt der außenstehende Typ gewesen, der aus Dortmund. Und die Dynamik zwischen den Jungs kann ich gar nicht so krass erläutern. Ich weiß nicht genau, wie, was da los ist und so. Ich kann, wie gesagt, nur für mich reden. Jeder ist eigen. Jeder hat seinen Kopf. Wir sind alle extreme Charaktere. Das kann man nicht von der Hand weisen. Und das ist halt so, wenn extreme Köpfe aufeinander prallen, steht halt Reibung. Wir haben das jahrelang positiv genutzt, sag ich mal. Und daraus sehr, 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 sehr gute Musik gemacht. Und es kann aber auch in die andere Richtung gehen. Und wie, was da genau, wie, wo und sowas, Bruder, da bin ich gar nicht im Bilde. Aber um das Thema auch den Leuten nochmal ein bisschen nahe zu bringen. Ich habe mit niemandem Streit. Ich bin kein nachtragender Typ, egal was passiert ist. Es sind natürlich auch unschöne Dinge passiert. Aber so ist das im Leben, Bruder. Wenn man miteinander eng ist, befreundet ist, dann passieren gute Sachen, passieren schlechte Sachen. Das ist für mich kein Dings. Ich bin kein Typ, der dann so illoyal wird oder dann anfängt so Bad Vibes reinzubringen. Du weißt schon, was ich meine. Naja, und wie gesagt, ich kann zu der Thematik, was deren Dings angeht, kann ich dir gar nicht so viel sagen, Bruder. Ich weiß nur, von meiner Seite aus gibt es da kein böses Blut. Hey, das ist wirklich schön zu hören, muss ich sagen. Weil ich war auch großer Fan von dieser ganzen Bewegung, von diesem ganzen Sound und Stil, dieser Sound und Stilflut, die was ganz Neues war, die ihr ausgelöst habt im Deutschrap zwischen 2016 und 2020 oder so. Das war schon richtig, richtig geil anzusehen. Und ich würde fast so sagen, außer 187 gab es in dem letzten Jahrzehnt kein vergleichbares Gang, wo man auch wusste, hey, Festival. Ich weiß noch, ganz viele Jahre, so Frauenfeld zum Beispiel, nur Suna war gebucht, ihr wart trotzdem alle da. Ja, genau. Ja, das Festival, nur Miami war gebucht, trotzdem alle waren da. Das war schon richtig schön, wie ihr diese Jahre da, diese ganzen Sommer mitgenommen habt. Ja, das war auch das, was die Leute geliebt haben, so. Ja. Da würde ich sagen jetzt, auch im Nachhinein nochmal, das feiert man einfach, das ist cool, das ist so, wie gesagt, einfach dieses Gang-Ding, das war zu dem Zeitpunkt einzigartig. Wie gesagt, bis auf 187, klar, aber wir würden uns nicht so eins zu eins mit denen vergleichen, wir waren eher so die Kanacken-Version, aber jetzt nicht die Kanacken-Version von denen, sondern so die Straßen-Kanacken-Version einfach von was ganz Neuem, was es einfach vorher noch nicht gab. Und um auf das Thema auch weiterhin einzugehen, Bruder, dieser Impact, den wir hatten auf die Szene bis heute, das ist mir zu dem Zeitpunkt gar nicht so klar geworden. Wenn ich mir heute Künstler anhöre, die einfach immer noch den Style bedienen, den wir da damals auf die Karte gebracht haben, Bruder, im Jahre 2024, so, in Zeiten, wo ich schon jahrelang vorher gesagt habe, Bruder, das Ding ist durch. Ja. So, weißt du, dieser Jewel-Frankreich-Style und so, Bruder, das haben wir 2015, 16, 17 gemacht, ist cool, gebe ich mir auch immer noch so, alles fresh, aber in dem Moment checkst du gar nicht so, ey, wie krass der Impact eigentlich auf die Szene ist und wie viele Leute dadurch auch angeregt wurden, dann mit Musik anzufangen und auf Elemente wie Autotune und sowas zurückzugreifen und live Autotune und so Geschichten, da waren wir auch die einer der Ersten, die das so in der Szene, sag ich mal, mit etabliert haben, weißt du? Ja. Also so in unserer, nicht Babel, aber so, du weißt schon was. Ja, so ganze Soundwelten, finde ich, habt ihr komplett aufgemacht. Also klar, ich will niemanden jetzt vor den Kopf stoßen, natürlich gab es immer einzelne Leute, die dann auch. Aber sprichst du uns, das singen wir ab, oder? Nein, nein, aber ich würde sagen, zum Beispiel dieser ganze Balkansound, so, dass diese Soundwelt überhaupt aufging, im deutschen Hip-Hop, so, das ist voll euer Ding und auch diese Jules, diese ganzen Rhythmen und so, da ist schon viel Credit bei euch, Alter, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil du gerade sagst, man merkt das gar nicht in dem Moment, es ging ja auch so bei dir, also vor allen Dingen von uns, so aus, du hast ja schon gerappt seit, keine Ahnung, 2010, 2011 hast du ja schon Tapes und so auch rausgehauen, aber dann ist es plötzlich mit Kokaina von dem einen Tag auf den anderen gekippt. Ich glaube, du hast mir mal erzählt, du warst noch in der Schule und du hast irgendwie Abi nachgeholt oder irgendwie sowas. Ich war ein Kollege, ja, genau, an der Rheinischen Straße tatsächlich. Crazy, so, wie ist dieser Moment, wenn man dann vielleicht ein paar Monate später rumläuft oder sich freitags neue Songs anguckt und dann, also gab es diesen Moment, wo es dir so gedämmert hat? Ich habe deutschen Hip-Hop einfach beeinflusst. Ja, auf jeden Fall, ich hatte das in der Schule damals. Ich vergleiche das immer wie mit einem Boxer, der so auf den Titelkampf arbeitet und all die Kämpfe, die er vorher leistet, die kriegst du tatsächlich nicht so extrem mit. Dann kommt so dieser eine Moment im Kampf und dann gewinnt er den, also sag ich mal, keine Ahnung, er schlägt jetzt irgendwie den K.O. und gewinnt den Titel und du kannst das in dem Moment gar nicht realisieren. Für den Außenstehenden ist das so, du siehst nur den Titelkampf. Du siehst vielleicht nur den K.O.-Schlag. Aber das Training und all das, was da vorher mit drin hang, das hat man nicht so krass gesehen, was ich auch kein Mübel nehme. Ist halt so im Leben. Aber so vergleiche ich das. Und der Moment, wo ich das gecheckt habe, war tatsächlich in der Schule. Eine Woche nach dem Release bin ich in die Schule gegangen und kam ich aus Dresden zurück nach Dortmund und dann bin ich in die Schule. Und dann habe ich irgendwie so auf dem Schulhof gemerkt, dass so plötzlich die Leute am Tuscheln waren und so. Halt, du hast gemerkt, irgendwas ist los. Und dann nach der Schule habe ich dann zum ersten Mal aktiv so Fotos gegeben mit Leuten. Also so ist mir das so aktiv. Weißt du, was ich meine? Und ich werde das nie vergessen. Da hat mein Lehrer mich darauf angesprochen und meinte, was wollen die von dir? Was hast du gemacht? Ist das in Ordnung? Und dann habe ich dem das erklärt. Und das war auch tatsächlich mein letzter Tag dann in der Schule so. Ach krass. Ja, genau. Da bin ich nie wieder hingegangen. Du hast es damals im Interview, meinst du auch, ey, Kokaina hat sich angefühlt einfach wie so ein, das war ein Magic Moment so. 400 Minuten, Cristiano Ronaldo, dieses, alle bleiben stehen, Zeit bleibt stehen so für einen kurzen Moment. Richtig, Bruder. Wahnsinn. Wie stehst du heute zu diesem Song? Weil für viele ist das ja oft ein Schatten. Es ist so ein riesiger Song. So viele Artists, auch selbst ein Nas ist irgendwie, gefühlt nie aus seinem Illmatic-Schatten so rauskommen. Aber er ist trotzdem Nas. Ja, voll. Also wie ist so dein Verhältnis zu diesem Riesenhit? Spielst du ihn noch oft live? Ja. Wie ist das, wenn der auch live kommt? Also ich habe so ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis zu dem Song tatsächlich. Aber mal habe ich Phasen, da liebe ich den Song wieder. Mal habe ich Phasen, da verfluche ich ihn so. Ich glaube, das geht einigen Leuten so, wenn die den heute hören, würde ich sagen, jetzt nochmal ein paar Jahre nach Release. Aber ich kann natürlich nicht den Song verfluchen, der mich rausgebracht hat. Weißt du, was ich meine, Bruder? Und es gibt auch gewisse Dinge, die kannst du halt nicht so wegwischen. Es ist so egal, wie sehr ich mich jetzt von dem Song distanzieren wollen würde. Es ist mein Song, es ist mein Baby. Ich werde nie vergessen, alles, was damit zusammenhängt, auch alle Jungs, mit denen ich zu dem Zeitpunkt unterwegs war. Jeder hat da auf seine Art und Weise einen Teil dazu beigetragen. Weißt du, was ich meine? Und das ist für mich eine Herzenssache. Aber erfolgstechnisch, was viele nicht wissen, ist es nicht mein erfolgreichster Song. Mein erfolgreichster Song ist Bon Voyage. Kann man sich Streaming-technisch angucken. Der Song ist, glaube ich, fast ein Jahr nach Kokaina gekommen. Hat jetzt fast dieselben Streaming-Zahlen wie Kokaina. Kokaina ist viel schneller Gold gegangen, viel schneller Platin gegangen. Und war, glaube ich, auch länger in den Charts oder so. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber das ist zum Beispiel ein Song, der erfolgreicher war als Kokaina. Aber dieses Kokaina-Ding war halt so einfach dieses überdimensional große. Das ging ja so über Deutschrap sowieso hinaus, aber auch über Deutschland. Weißt du, ich habe Familie in Frankreich, in Holland, in Spanien, sowieso in Marokko. Ja, safe. Und ich habe das überall mitbekommen. Überall. Das ist Wahnsinn gewesen. Italien war das ja ein Thema. Auch, genau. Damals sogar eine Stelle übernommen wurde, in der man einen Song hat. Genau, genau. Von einem sehr großen Künstler aus Italien. Ja, richtig, genau. Ja, ich glaube, es ist... Ich meine, wann gab es sowas? Ja, safe. Sag mir das. Ich glaube, das ist so ein bisschen... Ein ausländischer Künstler aus Italien, Frankreich, keine Ahnung, Amerika oder was auch immer, einen Deutschen kopiert. Das ist immer andersrum eigentlich. So würde ich sagen, oder? Ja. Also, ich habe das vorher nicht erlebt. Ich will keinen seine Dings absprechen oder so, aber Bruder, das ist einfach Fakt. Es ist interessant, wie du das vergleichst, um auch in dieser Sportmetapher vielleicht zu bleiben. Das ist so ein bisschen wie... Könntest du dich erinnern, dass Real Madrid drei Mal hintereinander die Champions League gewonnen hat? Bruder, du fragst einen Real Madrid-Ultra, Bruder. Du weißt doch. Natürlich war der Dritte, irgendwie kann man sagen, okay, das ist jetzt das Erfolgreichste, weil das jetzt drei Mal hintereinander, aber keiner wird sich so anfühlen wie dieses der Erste, weißt du, der so ein bisschen das Eis bricht. Es ist mit allem so, Bruder. Es ist die erste Liebe, es ist der erste große Song, es ist die erste Hochzeit, Bruder, oder was ich meine so. Die hoffentlich auch die Heizung ist und so. Du weißt, was ich meine. Bruder, es ist mit allem im Leben so. Die Leute kommen zu mir und sagen, ja, Bruder, mach mal Kokainer 2 und so. Warum hast du das damals nicht gemacht, so M-A-Ste-mäßig? Kennst du noch M-A-Ste? Ach, Afro-Trap 1. Afro-Trap 1, 2, 3, 2, 3. Der hat ja bis Teil 13 gemacht. 8 oder so, ja, echt? Ich glaube so. Es ging schon ein bisschen weiter, auf jeden Fall. Und das war für mich aber nie eine Option, Bruder, weil ich wusste, diesen Moment kriegst du nicht zurück, so. Weißt du, das ist einfach so im Leben. Und für mich ist das einfach ein Segen. Immer noch. Definitiv. Der Song. Du hast damals gesagt im Interview, wenn du natürlich wüsstest, was der Song ausgelöst hätte, dann hättest du ihn vermutlich ganz anders gemacht. Angefangen mal mit einem Titel. Ja, voll. Wenn du weißt, ey, Miami, das ist dein Song, der wird im Radio laufen. Dann sagst du, okay, dann nehme ich vielleicht nicht Kokaina. Aber gut, dann wäre er auch eben nicht der Song geworden, der er geworden ist. Genau, genau, ja. Deswegen, inwieweit hat der Song und der Erfolg dann anschließend irgendwie das weitere Musikmachen bei dir beeinflusst? Konntest du es abschalten? Weil, ich weiß auf jeden Fall, Bon Voyage war, glaube ich, die zweite Single. Genau, ja, das war die zweite Single, ja. Also du hast ja auch ein Jahr Zeit gelassen. Alle waren natürlich so auf dieses, es war enorm Druck auf, ey, was ist die zweite Single von diesem Typen, der unseren Kopf auseinandergenommen hat mit Kokain, ne? Ja, das war ja nicht nur die musikalische Note, sondern es war auch so ein bisschen diese Szene-Note. Safe. Weißt du, so, bevor ich auch mit dem Song geplatzt bin, war es schon so am Brodeln. Du hast in meiner Region gemerkt, so, die Leute waren am Tuscheln, die waren so, weißt du, das war so das heißeste Thema. Weißt du, die Leute wussten so, okay, ey, Digga, da ist so ein Newcomer so, der ist sehr, sehr wild, so, der ist lyrisch, der ist melodisch, der kombiniert viele Dinge zusammen so auf sich. Das kann was werden. Und als ich dann ins Game geplatzt bin, war es musikalisch krass, aber es war auch privat krass. Weißt du, Bruder, ich hatte so viel Stress, wie noch nie in meinem Leben so. Eigentlich wollte ich gefühlt, ich bin jetzt kein Kind von Traurigkeit oder so, weißt du, aber ich wollte aus der Gosse, sag ich mal, wollte ich raus, weißt du so. Und das hat mich schon auch, schon, das war so eine eklige Note, sag ich mal, die hat mich auch, das hat mich auch so ein bisschen da reingezogen, weißt du, weil plötzlich war es so, du hast von vielen Seiten Anrufe bekommen, ich musste meine Nummer irgendwie alle zwei, drei Wochen wechseln und so, ich habe immer so verrückte Anrufe bekommen und Nachrichten und hast du nicht gesehen. Ja. Und das war auch eine Sache, die auch einen psychisch belastet. Safe. Abgesehen von diesem Erfolgsdruck, den du sowieso hast, wenn du jetzt eine Bombe rausbringst, Bruder, und du weißt halt, okay, was kommt als nächstes, die Leute warten. Und das war halt auch nochmal dazu, was eine sehr, sehr große Belastung war, weil du halt eigentlich nur Mucke machen wolltest, Bruder. Weißt du, ich war jetzt nie der Typ, der sich da hinstellt und hier auf Dings macht, weißt du, sondern, Bruder, ich bin Rapper, ich bin Musiker, ich bin ein Straßenjunge, so, ich mache Straßenrap, so, das war es. Mehr, nicht mehr und nicht weniger, so, weißt du. Und ja, das war eine sehr, sehr wilde Zeit, Bruder. Wie hast du das? Aber ich vermisse diese Zeit nicht. Also, ja, man vermisse sie mal nicht. Ich will nur sagen, Bruder, ich blicke darauf jetzt nicht so negativ zurück. Ich würde alles genauso machen. Alles. Ah, interessant. Alles. Ich bereue nichts, Bruder. Gar nichts. Es gibt keinen Moment, wo ich jetzt sage, so, ey, das, das oder das hätte ich anders gemacht. Gar nichts, Bruder. Weil alles dazu geführt hat, wie es geworden ist. Bruder, jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Es gab Leute, die waren mit mir in dem Moment im Studio. Es gab Leute, die waren mit mir beim Videodreh. Es gab Leute, die mit mir mit Fiat 500 ohne Tankgeld nach Dresden gefahren sind. So, wir mussten Pfandflaschen abgeben, so, um unseren Wagen irgendwie zu tanken, so. Bruder, das sind alles Momente, die waren schön und die will ich nicht missen, so, Bruder. Die haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Wie war dieses morgens aufwachen? Ich weiß noch, ich habe mit Arzett damals für seine Box auch ein richtig langes Interview gemacht und mit Arzett zusammen. Die Decke ging und die wachen halt morgens auf, irgendwie kein WLAN und so. Und du siehst irgendwie 300.000 Klicks. Kannst du dich an so einen Moment erinnern, wo du so checkst, so, Alter, die Klicks sind schneller als sonst. Ja, ich hatte das in Dortmund zum Kokaina-Release. Da war ich damals noch mit meinen alten Jungs zusammen im Studio. Ich hatte damals so einen Studioraum in so einem alten Luftschutzbunker. Die Story ist auch ein bisschen bekannt schon. Da gab es auch kein Internet, da mussten wir immer rausgehen, aus dem Studio raus und dann halt so Empfang suchen, so tatsächlich. Und da haben wir das regelmäßig gecheckt und das war einfach ein geisteskranker Moment. Es war wirklich so, irgendwie sind dir so diese ganzen Steine, die du all die Jahre vorher, wie gesagt, dieses Boxer-Ding, habe ich dir gerade gesagt, die sind dir so von der Schulter gefallen. Du hast gesagt, endlich, Bruder, checken das mal die Leute so und sehen mal, dass du weißt es, dass das einfach auch cool und gut ist, so was man macht. Und das war ein schöner Moment, definitiv. Einer der schönsten Momente meines Lebens. Das ist schön, Mann. Ja, Mann. Du sagst auch gerade, ey, das war für die Psyche voll viel und ich weiß auch noch, im letzten Interview meinst du auch, ey, es gibt viele, die würden das mit der Psyche einfach gar nicht so durchmachen. Nein, Bruder. Zum einen natürlich verändert das komplett dein Leben auf eine Art und Weise. Du kannst nicht mehr in die Schule, was dann im internen Kreis mit Freunden und so, was da für Kräfte zwischeneinander irgendwie wirken, kann sich ja jeder denken. Und dann hattest du noch diese Straßenfacette, die dazu kamen. Dieser Überfall, diese ganze Action in Dortmund, was sich dann auch in Beefs und so übergeschwappt hat, wie würdest du sagen, bist du überhaupt so mental mit deiner Psyche da klargekommen und durchgekommen durch diesen Moment, sodass es dich nicht aus der Kurve gibt? Also ich muss sagen, Bruder, ich hatte keine, das war keine leichte Zeit, Bruder, weil ich war das tatsächlich so in der Art und Weise nicht gewohnt. Klar hatte man mal Streitschkeiten, vielleicht hat man sich auch da und hier mal so ein bisschen in die Haare bekommen und auch mal, ist auch mal ein bisschen ernster geworden, das kennen wir alles. Aber in dieser Dimension hatte ich das einfach bis zu dem Zeitpunkt noch nicht und das war einfach für mich alles neu. Ich habe ein bisschen viel getrunken tatsächlich zu der Zeit, ja, ich habe viel Alkohol getrunken und drogentechnisch bin ich zum Glück immer fern geblieben. Ich habe zu der Zeit noch Zigaretten geraucht, damit habe ich jetzt auch aufgehört seit längerer Zeit. Ja, krass. Und andere Drogen, wie gesagt, habe ich tatsächlich auch nicht konsumiert so und ja, aber psychisch war das schon nicht leicht. Du hast mental richtig Druck gehabt und es hat auch dazu geführt, dass ich teilweise auch so etwas Ähnliches wie Panikattacken bekommen habe. Ja. Tatsächlich. Ja. Ich habe das vorher auch noch nie gesagt, ich sage das auch jetzt gerade hier zum ersten Mal. Ja. Das war für mich schon eine komische Zeit, weil man das nicht kennt. So, du kennst, also ich kannte das nicht, ich war ja bis dahin ein fitter Typ, so bin ich heute immer noch, klar, und ich habe das alles zum Glück auch nicht mehr, aber du weißt in dem Moment nicht, was ist los, weißt du, weißt du, genau, weil ich hatte Momente, Bruder, wo ich mir so dachte, Digga, so mein Urvertrauen, weißt du, was ich meine, war so richtig gebrochen, weil ich einfach dachte, ich hatte so Situationen mit Leuten, wo ich dachte, das sind wirklich so meine Day, Day, Day Ones oder die ich seit dem Kindergarten kenne und wo dann einfach Dinge passiert sind, wo du sagst, ah, da komm, wirklich jetzt so, weißt du, so wegen so Kleinigkeiten, wegen so Ego-Dingern beispielsweise so und dann, keine Ahnung, das war für mich schwer, wie gesagt, ich habe dadurch auch ein bisschen psychische Probleme bekommen so, aber Alhamdulillah, Bruder, ich habe alles in den Griff bekommen und bin da auch stabil durchgegangen. Was würdest du sagen, war für dich am wichtigsten oder jetzt vor allen Dingen, wenn du zurückblickst, so, das ist natürlich in der Situation immer mega schwer zu beurteilen, aber jetzt, wo du zurückblickst, so ein paar Jahre vergangen sind, was würdest du sagen, war das Wichtigste, was dich so durch die Zeit geholt hat, so, dass du nicht irgendwie, okay, du sagst, du hast dich ein bisschen im Alkohol verloren, aber dass du dann auch da die Reißlein gezogen hast und dass du am Ende halt die Kurve komplett gekriegt hast, karrieretechnisch, persönlich, privat und so weiter. Was waren so die Attribute, die dir geholfen haben in der Zeit so? Bruder, ich muss sagen, ich bin, was Attribute angeht, ich bin schon, würde ich sagen, so ein deutscher Typ, weißt du, ich bin auch hier geboren und alles. Ich bin halt ein fleißiger Typ, ich bin pünktlich so, ich will jetzt... Malocha. Ja, so mäßig, genau, Malocha. Ruhrgebiettyp, weißt du, und das sind Eigenschaften, die mich einfach mein Leben lang begleiten und die da jetzt auch nicht einfach weg waren, so, weißt du, und die mich auch da rausgebracht haben. Und abgesehen davon bin ich auch ein gläubiger Typ, weißt du, ich rede nur nicht über Religion, Politik und sowas, das sind so Dinge, das muss jeder für sich machen. Das hat mir auch geholfen, meine Familie natürlich, weißt du, so, das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Ding, was auch Halt gibt in so Phasen, weißt du, wenn du weißt, okay, du hast jetzt da und da und da Verrat erlebt, so, du kannst dich auf deine Familie verlassen, auf deine Brüder, auf deine Mutter oder was auch immer. Und ja, das sind so die Dinge, die mich da auf jeden Fall stabilisiert haben. Wobei es bei Familie da ja auch mal so eine Zeile gab mit deinem Cousin, ich glaube, war das immer rausgekommen. Ach so, ja, 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 klar. Also selbst da. Aber, Bruder, da bin ich auch nicht nachtragend, Bruder, das sind so Sachen, guck mal, Bruder, das macht was mit der Psyche. Ja. Dann nimmst du Leute mit und so, die sind das nicht gewohnt, Bruder, das sind so, weißt du, wir kommen von nix, Bruder, das ist jetzt nicht so, man kennt sowas nicht, weißt du, und dann, das löst was in dir aus und hast du nicht gesehen, ich bin da kein nachtragender Typ oder alle Leute, die da irgendwie irgendwann mal was abbekommen haben oder so, da ist von meiner Seite aus kein böses Blut, genau. Aber du hast recht, klar, nochmal, in diese Richtung kann das auch gehen. Du hast ja auch wieder dieses Urvertrauen, weißt du, was geboten wird. Ja, ja, voll, klar. Wenn man sagt, ey, bei Familie spätestens, da kann ich mich voll fallen lassen, drauf verlassen. Ja, 100 Prozent, definitiv. Ich glaube, sowas, was du erlebt hast mit Kokaina, ob vielleicht auf eine andere Art und Weise, in einem anderen Sound oder wie auch immer, ist immer häufiger geworden die letzten Jahre, weil es natürlich irgendwie easier wurde, so mit einem Hit, auch ohne vorher eine Karriere sich aufgebaut zu haben, die Zugänge wurden ja leicht an der Karriere. Ja, richtig, stimmt. Ob es Leute wie ein Pasha Nim gab oder so, weißt du, die so ähnlich boomartig plötzlich dann kamen. Und manche oder viele von denen auch ähnliche Probleme, weißt du, bei Pasha, habe ich keine Ahnung, ich kenne ihn nicht persönlich, aber da schwirrten ja auch irgendwie so Infos im Raum. Deswegen gibt es so Sachen, die du jungen Leuten raten kannst oder einem jungen Artist, der jetzt plötzlich gerade Freitag seine ersten Dings rausgebracht hat, weißt du, und so einen Kokainer-ähnlichen Moment hat, so bevor er irgendwie in die Scheiße tappt. Gibt es so Sachen, die du Leuten so mitgeben kannst, dass, ey, das, das, das in dem Moment sind sehr... Also ich muss sagen, Bruder, ich hatte das leider nicht. Ja. So, ich wünschte, ich hätte das gehabt, tatsächlich. Ich hatte niemanden, so, der mir da irgendwie hätte helfen können. Deswegen habe ich auch viele Fehler gemacht. Ja. So, ne, ich bin auch nicht fehlerfrei, auch wenn ich jetzt hier natürlich von Fehlern anderer rede, so, ne. Ich bin natürlich der letzte Mensch, Bruder, der irgendwie perfekt ist oder irgendwie alles richtig gemacht hat. Ja. Aber ich kann sagen, Bruder, für mich, wenn ich jetzt zurückblicke, labeltechnisch ist es nicht unbedingt mehr nötig wie früher, dass du ein Label brauchst. Du kannst viel alleine machen. Ich würde mich fern vom Nachtleben, würde ich mich fernhalten, definitiv. Drogen würde ich da sein lassen. Ja. Ne. Irgendwelche dubiosen Leute, die da jetzt irgendwie plötzlich ins Musikgeschäft versuchen reinzukommen und meinen, sie seien jetzt hier irgendwelche Shug Nights, Manager oder wie auch immer. Ja. Davon würde ich mich in erster Linie auch fernhalten. Und ansonsten immer Anwälte, Verträge vorher checken lassen, nichts irgendwie einfach so. Weil, Bruder, es gibt eine Sache, Verträge sind dafür da, wenn es nicht mehr läuft. Weißt du so? Mhm. Dann wird das wichtig. Was habt ihr ausgemacht? Ja. Bis zu dem Zeitpunkt, wenn läuft, läuft. Ja. Dann ist eh alles egal, Bruder. Weißt du so? Aber wenn es nicht mehr läuft, dann ist vielleicht der eine unzufrieden, der andere sieht sich im Unnachteil. Du weißt, wie das ist, Bruder. Rapper haben viele so Ego-Filme. Und das würde ich den Leuten auf jeden Fall mitgeben. Gerade in New Kammern, die jetzt gerade neu kommen. Genau. Du hast eine Sache erwähnt, die komplett irgendwie von Seite kam. Auf dem Lost-Tabit. Ja, genau. Ich glaube auch auf dem Intro, wo du sagst, ich bin nicht wegen Geld gegangen. Ja. Küsst meine Nikes. Genau. Und das ist natürlich irgendwie eine Zeile, die so in der Art, in erster Linie von Bushido irgendwie vor ein paar Jahren etabliert wurde. Auf dem Bushido-Kapi-Song. Ja. Und da muss ich mich erinnern an, es gab mal irgendwie auch ein EGJ-Angebot. Das hast du ja auch mal gesagt. Ey, Gott sei Dank habe ich nicht bei EGJ unterschrieben. Ja, genau. In welcher Zeit kann man das ungefähr erinnern? Boah, Bruder, das war 2017, glaube ich. 17, 18. Lass mich nicht lügen, Bruder, ist so viel passiert. Ja. Ich kann das alles nicht so krass rekonstruieren. Ich erinnere mich daran auf jeden Fall. Wir hatten da Kontakte über, also es gab Kontakte über Cousins. Ja. Ja. Wie man das so kennt. Ja, selbstverständlich. Und dann hat man sich getroffen. Ja. Damals noch in einem Etablissement, was, glaube ich, heute gar nicht mehr existiert, hier in Berlin. Achso, im Café sozusagen. Genau, richtig. Da haben wir uns halt mit denen getroffen, mit Bushido und damals Arafat noch. Wer war noch dabei? Da waren auf jeden Fall einige Leute. Shindi war, glaube ich, noch da. Ozi war da. Genau, so. Ali, Ali Bumaye war da. Genau. So, das war diese Zeit. Das war noch bevor die alle gesignt haben. Ja. Das war noch vor diesem ganzen Signing. Wurde da sieben Leute auf einmal. Genau. Das war alles noch davor. Okay. Da waren die wirklich nur Bushido, Ali und, glaube ich, Shindi. Genau. Und, ja, Bruder, die hatten mich gefragt. Die wollten mich sein zu der Zeit. Wild. Ja, und ich war aber schon bei Carmen. Ja. Ich hatte jetzt keinen Vertrag mit den Jungs oder so. Ich war halt im Wort. Dann habe ich mich zusammen mit denen halt, wie gesagt, da getroffen. Bruder, dann hat man sich unterhalten. Alles cool, alles respektvoll und so. Weißt du, man war jetzt nicht so respektierlich mir gegenüber oder so. Und wir auch nicht. Und, Bruder, dann ist man einfach zum Entschluss gekommen, dass es dann nicht so, passen würde. Weißt du, in dem Moment. IGJ war eine Adresse, klar. Aber für mich war das in dem Moment, ich habe das mit den Jungs natürlich auch beratschlagt, weil ich da im Wort stehe. Ich bin kein Typ, der sein Wort nicht hält. Und, Bruder, es hat einfach in dem Moment keinen Sinn gemacht. Wobei für mich natürlich auch schon ein krasser Move war, so für mich so, dass die Interesse an mir hatten, dass ich da mit denen saß und so. Und dass man einfach da auch so, ja, klar. War cool. Aber es ist interessant, dass du, glaube ich, denke mal. Ich habe auch noch nie drüber geredet. Ich habe immer so TikTok-Videos und so, kriege ich immer geschickt. Wo so Leute darüber reden und so. Ich habe manchmal deswegen auch angesprochen, Bruder, wieso bist du nicht da gewesen und so oder warum hast du nicht dort gesigned oder stimmt das, stimmt das nicht und so. Um das jetzt hier klarzustellen, auf jeden Fall, ja, das stimmt. Und zu dem Zeitpunkt war das einfach keine Option. Das ist interessant, weil ich glaube, du einer der ganz wenigen Artists bist, die bei konkretem IGJ-Interesse dann vielleicht abgelehnt haben oder doch nicht gesigned haben. Ja, ja. Und was, wie du gerade sagst, in dem Moment wäre das, also, es wäre unmöglich vorhersehbar, in was für einer Situation IGJ endet am Ende, wo es für die ganzen Artists dort in der Sackgasse und aufgrund der Kopfschmerzen, die alle reingesagt haben. Voll, voll, voll. Das war auch so ein Magic-Moment. Für mich tatsächlich. Oder, weil, ja, nicht zu sein, weil ich habe da auf meinem Bauch gehört. Weißt du, ich meine, klar, die Jungs haben mir davon abgeraten, so. Meinten, mach das lieber nicht, du stehst bei uns so und so. Aber man spielt natürlich mit dem Gedanken, Bruder, ich bin auch ein Mensch, ich bin auch Rap, so, ich rap seit langer Zeit, Bruder, und man kennt die Sachen so. Aber das war auch so ein Moment, wo ich mir dachte jetzt so im Nachhinein, boah, Bruder, wer weiß, wie das alles gekommen wäre, hättest du und dies und das und so, ne, weil das war ja wirklich schon eine extreme Sackgasse für den einen oder anderen, ne, und hat auch Zeit gekostet. Ja, voll, ohne Ende. Für gewisse... Ohne Ende. Du hast am Ende von Marokko-Trikot, wo du sozusagen announced hast, mehr oder weniger, dass du nicht mehr Teil von KMN bist, hast du am Ende auch diese KMN-Platte abgedeckt. Genau. Das fand ich auch irgendwie sehr respektvoll und elegant noch gemacht. Da gibt es auch andere Wege, mit Platten am Ende umzugehen. Ja, hat schon der eine oder andere seiner Mut ein bisschen... Du hast auf dem Song plötzlich Farid erwähnt. Ja, genau. Richtig. Irgendwie bist du loyal geblieben, ich bin immer loyal geblieben, frag von dir, bang. Ja, ja. Dieser Name kam für viele halt super schockierend vor zwei Jahren so. Ja. Mittlerweile hat man euch auch gesehen, du warst dort in Wien, glaube ich. Ne, ich war auf Tourbesuch. Genau, Special Gäste in Wien, Goodfellers Tour, genau. Ja, da hat man gesehen, ey, ihr habt auch schon gesagt, ihr habt euch versöhnt und so weiter. Farid hat, glaube ich, in diesem Tourblog gesagt, schon seit ein paar Jahren. Was soll ich dir sagen, Bruder? Ich hatte mit ihm nie ein persönliches Problem. Ja. Ich kannte ihn auch aus NRW, natürlich so, man ist ja aus einer Ecke so, ne. Ja. Ich kannte sein Management, so bevor ich auch bei KMN war. Da gab es hier und da mal so Internet-Connections so, aber es kam nie dazu, dass man dann dort wirklich so bei Banger gelandet ist, sage ich mal. Ja. Ja, ich hatte mit ihm kein persönliches Problem und es sind auch gewisse Grenzen nie überschritten worden zwischen ihm und mir. Andere Leute, ja, aber zwischen uns war das nicht der Fall. Ja. Und dann bin ich auch kein Typ, der dann da so, wenn Leute zu mir kommen, Bruder, und mir die Hand reichen, wer bin ich dann, dass ich die nicht so heiße. Ja. Und da habe ich auch einfach gemerkt, ich habe auch Szene intern von vielen Leuten halt so auch schon zu Beef-Zeiten mitbekommen, dass er eigentlich ein cooler Typ ist so. Ja. Und ich fand das auch immer so ein bisschen schade so, aber wir sind ja selbe Landsleute. Ja, Mann. Wir kommen aus einer Ecke und wir sind beide so Leute, die wirklich big, big geworden sind, so große Künstler, sage ich mal, die jetzt ursprünglich aus Marokko sind. Und ich fand das schade, aber ja, zu dem Zeitpunkt war das so. Und dann ist man sich, irgendwann habe ich tatsächlich über den Kontakt von meinem Verlag, genau, die hatte Warner, die haben da eine Veranstaltung gehabt in Düsseldorf. Ja. Ja, und da bin ich ja hingefahren. Und dann war er dort, so, und dann hat man sich ausgesprochen. Ganz normal. Genau, ja. Also, er war mit Leuten, ich war mit Leuten so, aber wir waren jetzt nicht so auf Konfrontationskurs oder so, weißt du, sondern man hat sich getroffen, man hat das Ding seriös und respektvoll geklärt, so. Ja. Und dann war das Ding auch zu. Und seitdem sind wir cool miteinander. Erstmal schön, dass so eine Geschichte auch so ein Ende haben kann. Ja, ja, voll. Das ist eine gute Darstellung davon, endlich mal auch im Rap. Wie ist dieser Moment? Wusstest du vorher, als du da hingegangen bist, du sagst, ich bin mit Leuten hingegangen, aber hatte man so ein bisschen ein Gespür, in welche Richtung kippt das heute? So ist das ein Handreichen oder wird das irgendwie? Ja, du kannst sowas nicht voraussehen, Bruder. Also, du kannst nicht, klar hat man ein Gefühl, man versucht herauszufinden, in welche Richtung geht das Ganze so. Ich bin ja jetzt, Bruder, wenn ich sage, mit Leuten, ich habe zwei Leute mitgehabt. Ich glaube, einer war mein Cousin. Okay. Und einer der Kollegen, der hier mit dabei ist. So, das war's. Ich bin jetzt kein Typ, der dann irgendwo aufkreuzt mit 20 Leuten oder so. Aber ich konnte nicht vorausahnen, in welche Richtung das geht und das war für mich im Nachhinein auch so ein Moment, wo ich gecheckt habe, Alter, er an sich ist ein cooler Typ. Weißt du, so viel war ja immer auch Fitner von außen und außenstehende Leute, die dann einen versuchen zu manipulieren und auch Kriege und Fronten nicht zuzumachen, weißt du? So, weil die sich daran ergötzen und es ist so ein bisschen dieses Showgeilheit so. Und ja, da haben wir den ganzen Strich durch die Richtung gemacht. Dann haben wir uns da zusammengesetzt und Frieden gemacht. Ja, Mann. Ich kann kein schlechtes Wort über ihn verlieren, Bruder. Jetzt natürlich die Frage, die im Raum steht. Also erstmal, wie gesagt, superschön, dass das überhaupt passiert ist. Und wenn da der Punkt hinter der Story gesetzt wird, ist das sowieso schon schön. Aber die Frage ist natürlich irgendwie, gerade weil du dann auch auf Tour, auch als Special Guest auf die Bühne gekommen bist und performt hast und so weiter. Man munkelt, dass auf meiner Tour die Ende des Jahres stattfindet, auch der ein oder andere Special Guest dabei sein wird. Stark, Mann. Ja, ja. Gibt es musikalisch eine Ebene, wo sich Miami Yassin und Farid Bang nach dieser jahrelangen Auseinandersetzung, die auch teils irgendwie so ein bisschen Hip-Hop-kulturell geführt wurde, weil ihr irgendwie soundtechnisch schon weit auseinander lag. Ja, ja, voll. Das war so New Generation, sag ich mal, mäßig. Ja, ja. Irgend gegen, ich will nicht sagen Oldschool-Leute so, weil das ist ja nicht, Farid macht nicht so eine Dingsmutter, aber das war schon so ein Generationenkonflikt, würde ich sagen. Gibt es eine Welt, in der ihr euch auf einem Song eines Tages treffen könntet? Bruder, auf jeden Fall. Okay. Ja. Ich bin jetzt, guck mal, ich bin kein Typ, der mit Leuten Frieden schließt und dann irgendwie so Publicity-Stunt mäßig das so ausschlachtet oder so. Das war ich nie, Bruder. Und das habe ich auch mit ihm nicht gemacht. Ich habe das auch über Jahre einfach nicht erzählt und nicht rausgehauen, dass ich mit ihm cool bin, Bruder. Weil ich habe dir zu Anfang schon gesagt, ich bin kein Typ, der so dreckige Wäsche im Internet wäscht und Leute angreift, beleidigt und hast du nicht gesehen. Ich finde, das gehört sich nicht für mich. Andere Leute haben da ihre Hemmschwelle woanders. Ich bin da so und ja, Bruder. Aber klar, musikalisch, es muss passen, Bruder. Ich kann jetzt nicht, ich fahre jetzt nicht zu ihm hin. Wir haben schon das ein oder andere Mal zusammen Iftar gemacht, beispielsweise so im Ramadan die letzten Jahre oder so. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich zu ihm gehe und sage, Bruder, komm, wir machen jetzt einen Song. Und wenn was entsteht, entsteht was. Wenn nicht, dann nicht so. Ja. Wir sind trotzdem cool. Weißt du? Genau. Kannst du vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen in die Zeile auf Marokko-Trikot, was du damit genau gemeint hast? Du hast, glaube ich, gerappt irgendwie, bist du noch bei KMN, bin ich noch loyal, frag Farid Bang. Genau. Und Farid wurde ja auch dann gefragt, er hat ja auch ein bisschen gestruggelt auf dich, das erklären zu können oder zu wollen. Deswegen, was genau können wir Farid fragen beziehungsweise? Also, ja, also ich hatte, ich wusste in dem Moment, als ich die Zeile geschrieben habe, selber nicht ganz genau, was ich damit meine. Zwischendurch habe ich das manchmal, aber jetzt natürlich so retrospektiv. Es ging mir einfach darum, in der Zeile wollte ich sagen, guck mal, es gab auch eine Zeit, wo Sachen aus deren Ecke kamen, wo ich mich für KMN entschieden habe. Verstehst du? Ich will jetzt nicht tief ins Detail gehen, Bruder, aber es war auch so eine Sache, ich kam aus einer ganz anderen Region. Ich komme aus NRW, ich bin ein Junge aus dem Porto, die Jungs kamen aus Dresden. Das ist nicht so easy. Weißt du so, du hegst damit auch ein, also so viele Leute nehmen dir das krumm, so. Die sagen dann, ey Dicker, du weißt, wie das hier ist, beispielsweise in Berlin. Hier gibt es schon so, nur in Kiez gibt es schon Probleme. Weißt du so, was ich meine? Bei uns ist das natürlich von Stadt zu Stadt und auch vom Bundesland so. Und es gab einfach Momente, wo ich einfach Loyalität gezeigt habe. Und eigentlich würde ich gar nicht so gerne darüber reden, aber Farid weiß das auch. Und damit ist das Ding eigentlich auch zu. Ja. Jetzt habe ich letztens gesehen, dass sich Suna und Bojan versöhnt haben. Ja. Und das waren ja diese zwei Fronten halt, Bangermusik und das ganze Camp versus KMN damals. Ja. Und das Interessante ist, jetzt korrigiere mich, falls ich komplett falsch liege, aber für mich war dieser Beef, hatte immer so zwei Stränge. Ja. Zum einen war das irgendwie diese Street-Dortmund-Sache, die da passierte. Sonst ist Karat und Bojan damals auch Play und Miami auf der einen Seite. Und dann war da noch irgendwie so ein ganz anderer Strang, der irgendwie viel mehr so Hip-Hop-ig, Old versus New vielleicht so ein bisschen war, so Suna versus Farid, da gab es ja auch mal ein Gebiet und so weiter und so weiter. Jetzt ist das Interessante, dass sich halt, also und das ist super schön, dass du und Farid sich versöhnt haben, dass Suna und Bojan sich versöhnt haben. Aber eigentlich war es ja andersrum interessanter, weil das ja eher der Kern, diese Kernauseinandersetzung war, weißt du? Ja. Und Bojan und du ja auch eine Welt, eine Stadt und so weiter war. Ja. Wie nimmst du das wahr erstmal, wenn du das siehst? Ja. Und ich musste übrigens auch vorhin dran denken, also Bojan ist da witzigerweise jetzt bei Samra gelandet, wo es hätte auch eine Kreuzung in einer Parallelwelt geben können mit dir, wenn du bei EGJ gesagt hast. Achso, ja, ja, klar. Die Deutschrap-Welt ist klein, deswegen wie wickst du auf dieses ganze Konstrukt? Ich hab das natürlich mitbekommen. Ja. Und das ist nicht dasselbe wie mit Farid, weißt du? Da ist man sehr, sehr persönlich geworden, so. Und da ist man auch über gewisse Grenzen hinausgegangen, die sich nicht gehören, weißt was ich mein, Bruder? Die auch jetzt im Nachhinein immer noch für mich so sind, da hat sich meine Meinung nicht geändert. Ich schick jetzt kein Groll gegen diese Leute oder so, das Thema ist für mich zu. Diese Leute haben auch damals für mich jetzt nicht unbedingt die größte Rolle gespielt, ohne das jetzt despektierlich zu meinen. So, ich spreche niemandem was ab. Aber ich kann dir dazu tatsächlich nicht so viel sagen. Ich hatte mit Suna noch ein bisschen Kontakt, auch tatsächlich bevor das mit denen so war, weil ich halt geschäftlich mit denen noch verbandelt bin, so wegen Katalogtechnisch und so, was meine Sachen angeht und so. Und man hat da immer noch hier oder da mal den ein oder anderen Schnittpunkt, wo man sich trifft oder sich auseinandersetzt. Aber ansonsten, Bruder, wie gesagt, ich kann nur sagen, ich bin da jetzt kein nachtragender Typ, aber ich vergesse auch nicht, weißt du so, ohne das jetzt so ansagenmäßig, nicht dass jetzt in dein Format kommt, Miami macht Ansage oder so, dies, das, das ist nicht das Ding, sondern man kann nicht alles, Bruder, guck mal, ich will nur sagen, es gibt gewisse Dinge, Prinzipien, auch von mir selber, die im Musikgeschäft auch nichts zu suchen haben, weißt du, was ich meine, Bruder? Man kann sich ja über alles unterhalten, Bruder, man kann auch sich Dings so, aber wenn man über eine gewisse Grenze geht, kannst du nicht im Nachhinein irgendwann für dich sagen, ja, okay, für mich ist das jetzt zu und ja, ich habe damit meinen Frieden gemacht und ja, wir haben zwar voll über die Stränge geschlagen und standen damit so und so viel und haben das und das gemacht. So, Bruder, das geht nicht so leicht, weil da ist viel Unrecht passiert, so. Klar, auch von meiner Seite, es gibt immer zwei Seiten, die Wahrheit liegt in der Mitte, so, ne, da soll jetzt keiner denken, ich habe hier die Wahrheit gepachtet oder so, gemietet, aber, Bruder, am Ende des Tages, das kann ich dir dazu sagen, alles andere liegt nicht in meiner Hand, ob die Songs machen oder nicht oder, keine Ahnung, Bruder, soll jeder für sich entscheiden. Irgendwas ist, man sagt ja immer, irgendwas ist in dem Wasser in Beattyheim, dass die da die ganzen Stars am Fließband da produzieren, irgendwas ist auch in Dortmund, Bruder, aber das Gegenteil, dass da die ganze Zeit alle sich zerfleischen. Ja, ja, das war ja auch immer, Bruder, du musst es auch so sehen, also aus der Perspektive, es war auch immer ein Ungleichgewicht. Das darfst du ja nicht vergessen, Bruder, ich war alleine. Ja. Ich bin ein Mensch, so. Ich habe da praktisch gegen eine ganze Fraktion kam auf mich, so, weißt du, ich habe dann einfach ganz viele Leute gehabt, die ich auch persönlich nicht kenne. Ich bin jetzt nicht so, klar, ich bin Rap-affin und so, ne, ich konsumiere Musik, klar, aber viele Leute kenne ich auch einfach gar nicht und dann habe ich auf extrem viel abbekommen, teilweise auch, wo ich mir so dachte, hä, was soll das jetzt so? Naja, um das runterzubrechen, Bruder, ich war immer alleine. Ich war nie der Typ, der sich mit Leuten brüstet, ich war nie der Typ, der Leute geholt hat oder zu irgendwelchen Sachen gegangen ist, so, um jetzt aber nicht zu tief in diese Thematik einzusliden, Bruder, jetzt lange Rede, kurzer Sinn, jeder muss für sich wissen, was er macht, Bruder, und am Ende, ja, herr, inshallah. Ja, bist du nach all diesen Jahren noch im Pott? Na klar, Bruder. Weil das wäre ja zum Beispiel ein Easy Out, weißt du, gewesen. Ich bin dort geboren, Bruder. Weil du sagst, ja, normal, voll, komplett. Ich bin ein ortsbezogener Typ, Bruder, ich liebe den Pott, ich liebe NRW, ich liebe auch andere Städte, wie gesagt, Dresden ist schon eine meiner Favorite-Städte, Berlin ist cool, Hamburg, jede Stadt hat ihre Facetten, aber ich bin ein ortsbezogener Typ, Bruder. Ja, ich bin dort geboren und ich werde da auch dann irgendwann einen Löffel abgeben. Ja, Bruder, für mich gibt es da keine Option, Bruder. Krass, Mann. Ja, ist einfach so. Ich habe zwar auch längere Zeit mal hier gelebt, mal da gelebt und so, ich war auch mal eine längere Zeit in Dresden und hast du nicht gesehen. Ja, safe. Aber Bruder, das ist so ortsbezogen, einfach, ich weiß nicht, ist bei mir so. Ein Thema muss ich noch ansprechen, aber weil du die auch alle auf dem Album so geil irgendwie erzählst und am Anfang vom Interview meinst du ja auch, ey, ich musste ein bisschen so sammeln, was da so passiert ist. Ich hatte gar nicht so auf dem Schirm, dass Milano eine ganze Zeit lang irgendwie mit dir gehangen hat. Also der war in Dortmund natürlich lange. Ja, genau. Ihm hast du auch eine Zeile gewidmet auf dem Album. Ja. Nicht nachtragend, aber trotzdem gibst du deine Meinung zu dem Thema ab, finde ich. Wie lange habt ihr denn Zeit miteinander verbracht überhaupt? Also um die ganze Thematik diesbezüglich auch nochmal zu erläutern, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Er ist tatsächlich mein Cousin. Ah. Ja, er ist mein Cousin ersten Grades. Also sein Vater und mein Vater Rehmo waren Brüder, also sind Brüder. Krass. Genau. Sein Vater ist mein Onkel. Du meinst wortwörtlich, die sind Brüder. Ja, wirklich. Du rappst uns auf dem Song, ich denkst du, ja, die sind Brüder. Nein, Bruder, sag doch, ich bin kein Typ, der irgendwie sagt und erfindet oder irgendwas. Bruder, ich bin ein authentischer Typ. Was ich rappe, habe ich meistens auch so erlebt, Bruder. Das ist mein kleiner Cousin. Ja. Genau. Er kommt aus Frankreich. Ja. Ursprünglich aus der Nähe von Paris. Und ja, Bruder, was soll ich dir sagen? Was genau möchtest du wissen? Bruder, da müsstest du doch einen Weg finden. Möchtest du nicht so auf die Zeile eingehen, die er abgekriegt hat im Intro? Ja, also du kannst gerne drüber sprechen. Ja. Ist das so ein großes Thema? Weil, Bruder, jetzt fällt mein Groschen. Wenn ihr Familie seid, dann müsst ihr das doch irgendwie in den Griff kriegen eigentlich. Bruder, ja. Hast du recht. Aber es gibt, wir hatten vorhin drüber kurz geredet so. Auch, es gibt manche gewisse Dinge, Bruder, da will ich auch nicht zu tief ins Detail gehen. Das ist ein Familiending, weißt du? Aber da muss man auch seinen Standpunkt klar machen, weißt du? Und da darf man sich dann auch nicht jetzt irgendwie, nur weil da Familie, weißt du so, mein Bruder, wenn er, keine Ahnung was ist, dann ist er nicht ein guter Mensch, nur weil er mein Bruder ist. Weißt du, was ich meine? Also so, das muss man halt einfach auch so sehen. Ja. Aber ja, tatsächlich, ist er mein Cousin, genau. Ach, krass. Ja. Okay, wow, das... Sag ich tatsächlich auch, zum ersten Mal. Ja, safe. Voll interessant. Ich glaube, er hat das auch noch nie gesagt. Hä? Ich bin... Ja, das ist mein kleiner Cousin. Ist ja näher von Paris, kommt er. Wild, Mann. Ja. Krass. Ich kenne ihn, da war er noch ein Baby. Ja, krass. Ich meine, klar, liegt auf der Hand so. Ja. Ich hatte ihn so im Arm, als ich noch klein war, als ich jünger war und so. Ja, klar, nochmal. Crazy. Ich liebe ihn, er ist trotzdem mein Cousin, so, ne? Ja. Ich verstehe mich nicht falsch. Ich liebe auch seinen Vater und es ist alles Familie und so, ne? Aber es gibt gewisse Dinge, Bruder, die passieren so und dann, weißt du auch. Ey, hoffentlich gibt es da Wege, die man findet. Schauen wir mal, Bruder. Hoffentlich gibt es da Wege. Ja, stimmt. Es gibt ein Feature-Gast auf deinem Album, der zweimal dabei ist. Das ist der gute Nash. Richtig. Ein kleines Comeback irgendwie auf eine Art und Weise. Richtig, oder? Ja, wir dachten, Nash kriegen wir nicht mehr. Hat er auch, tatsächlich mir gesagt, ja. Ja, echt? Ich stehe mit ihm in Kontakt so. Also es war nicht so ein öffentliches, ich mach keine Musik mehr, sondern er hat schon... Doch, das hat er auch gemacht. Ja, aber ich meine, das war jetzt nicht für die Öffentlichkeit ein Publicity-Dings, sondern er war schon überzeugt davon, dass er keine... Nein, nein, nein. Genau, genau. Ich hab mit ihm telefoniert, so, man schreibt hier und da mal zwischendurch und dann hatten wir uns ausgetauscht, ob das eine Option wäre, Songs aus der damaligen Zeit auf das Lost-Tape mit draufzupacken. Okay. Genau, dann haben wir ein bisschen diskutiert. Er hat seine Argumente von sich gegeben. Ich hab meine Argumente von sich gegeben. Wieso halt? Und dann ist man zum Entschluss gekommen, dass es Sinn macht. Ja. Ich hab tatsächlich viele Songs mit ihm gemacht. Ja, klar. Auch zu der Zeit damals, wo Superplus entstanden ist von AZ und Suna, das Klavo-Ding zwischen denen, hab ich viel mit ihm abgehangen, auch viel in Dresden und wir haben echt viele Songs gemacht. Ja. Und ja, dann hab ich mir gedacht, komm, bevor die jetzt da irgendwie rumschimmeln, rumgammeln und so, ist viel zu schade um die Songs. Haben wir uns dazu entschieden, die rauszuhauen, genau. Richtig. Obwohl er natürlich auch mir gesagt hat, guck mal, Bruder, ich hab aufgehört. Ja. Für mich ist das jetzt nicht irgendwie, ich komm jetzt wieder einfach so back, back und so, ne, ist das, sondern das sind schon so Entscheidungen, die man trifft, ne, hab ich gesagt, klar, kein Problem, die Songs sind eh älter. Ja. Wir kommunizieren das auch so nach außen hin, dass man da einfach auch weiß, worum es geht. Nicht, dass die Leute jetzt denken, okay, komm mal, Bruder, Miami bringt den jetzt irgendwie back to back und irgendwie jetzt kommt eine Nash-Platte oder ein Kollabo oder so, weißt du? Ja. Das ist nicht der Fall. Alles andere muss man dann mit ihm abchecken. Okay. Ja, Mann. Ich feiere die Sachen mit ihm. Ja. Ich hab ihn auch als Artist immer sehr gemocht. Safe. Und einfach, weil er auch ein facettenreicher Typ ist, er hat immer so eine gewisse Note gehabt. Ja, Mann. Die, die nicht so viele haben, finde ich. Und, äh, ja, Mann. Ja, voll, Mann. Ey, liebe Grüße an Nash. Insgesamt finde ich, ist das ein sehr, sehr interessant, auch wenn das jetzt Lost-Tapes sind, aber als solches ein sehr, sehr interessantes Tape geworden, was du da zusammengestellt hast. Ja, finde ich tatsächlich auch, ja. Weißt du, mit der Einrahmung und für alle, die, du hast es gerade eigentlich ganz gut gesagt, für alle die Leute, die diese Zeit miterlebt haben als Fan, wird das mega aufschlussreich sein, richtig interessant sein, so da auch reinzuhören. Klar, voll. Und alle, die da nicht dabei waren, ist einfach auch gute Musik, die du da zusammengestellt hast. Auf jeden Fall. Aber das hast du bei mir sowieso immer. Ja, safe. Ohne mir jetzt selber auf die Schulter zu klopfen. Ja, und es ist alles sehr gut gerappt, muss ich sagen. Du wirst, wenn das draußen ist, werden es die Leute noch nicht, glaube ich, gesehen haben, aber du steigst bei Fire in the Booth auch in die Booth rein. Richtig. Einer meiner persönlichen Wünsche, einer der Artists, die ich unbedingt hier haben wollte. Vielen Dank dafür. Kein Problem, Bruder. Ey, Jessen, vielen, vielen Dank, Alter. Mario, ich danke dir. Es war mir eine Ehre, es ist mir eine Freude, dass du hier warst. Ja, Mann. Hat mich auch sehr gefreut. Ich war tatsächlich zum ersten Mal hier, ne? Ja, Mann. Safe. Danke dir. Schauen wir mal. Hab gesund. Danke dir. Danke dir. Untertitelung des ZDF, 2020